Ja, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Replay von World of Tanks. So, einmal noch ganz kurz in eigener Sache, wie eigentlich immer am Anfang und am Ende eines Videos. Falls ihr ein Video habt, was ihr gerne gezeigt und oder kommentiert haben möchtet, dann lasst es mir doch gerne zukommen. Entweder über meine E-Mail-Adresse im Kanal rob2k.web.de oder aber in-game, mein Name ist RobHawk im Spiel, oder aber auch über das Discord, da könnt ihr den Link gerne bei mir erfragen. Und auf dem Discord könnt ihr euch auch gerne tummeln, wenn ihr wollt. Dort sind mehrere WOT-Clans zum Beispiel auch schon aktiv. Der Mask-Clan zum Beispiel, unser Partner-Clan. Oder auch der Rabe-Clan, der auch mit uns oft zusammenspielt. Und ansonsten gibt es dort auch noch ein, zwei Streamer, die da aktiv sind. Ohair zum Beispiel ist auch oft da, Merp ist da, Scheiß-Cyborg ist auch manchmal da. Und ja, wie gesagt, also falls ihr da Bock drauf habt, sagt einfach Bescheid. Jetzt gehen wir hier aber in die Runde rein. Und wir sind unterwegs mit Dau 98. Er fährt hier in seiner Stufe 2 Selbstfahrlafette der Deutschen. Und erstmal zielt er hier in die Mitte. Das wäre, glaube ich, auch so mein erstes Ziel, weil dort ja doch des Öfteren mal leichte Panzer fahren, die man leicht auseinandernehmen kann, wenn sie dann vielleicht gerade mal kurz stehen bleiben. Und man sie dann auch trifft. So, jetzt zielt er hier rüber auf den BT-2. Das ist der Zweier der Russen. Und ja, mal gucken. Ja, er zielt. Er muss erstmal ordentlich einzielen hier. Ihr seht den Kreis immer kleiner werden. Das wird noch ein Baden. Da ist der BT-2 schon mal Geschichte. Ja, er zielt hier als nächstes auf den T-45. Ja, der brennt. Ne, jetzt brennt er nicht mehr. Eingezielt hat er. Er schießt. Und zack, 34. Ein Schuss, ein Treffer, ein Kill. Ja, sehr schön. So, erste Kanone rausgenommen. Insgesamt steht es schon 3 zu 0. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Start. Den wünscht man sich öfter so. So, naja, wir gucken auf jeden Fall mal. Die Mitte ist komplett frei. Der MTLS ist dort wieder zurückgefahren. Entweder hat er sich gedacht, da kommt keiner mehr. Oder aber er hatte einfach keinen Bock mehr, da zu stehen und zu warten. So, auf jeden Fall. DAO 98 geht jetzt hier auf den T2 Medium. Wenn er drauf bleibt, er zielt ein, er zielt ein. Oh mein Gott, dauert das lange. Hä, was ist da los? Keine gute Crew vielleicht drauf. Könnte ich jetzt, würde ich mal tippen. Weil das dauert ja schon echt richtig lange. Habe aber auch schon ewig die 2er-Arte nicht mehr gefahren. Insofern, oh hier, nächster Schuss, nächster Treffer. 87 Schaden kommen auf das Damage-Konto. Und der zweite Kill auch gleichzeitig noch dazu. Ja, jetzt hier M14-41, das nächste Ziel eventuell. Wenn er dann, naja, da kommt er jetzt nicht mehr hin. Da muss er hoffen, dass der M14 da stehen bleibt. Er geht weg. Okay. Ich werde drauf geblieben, glaube ich. Denn, ja, das war natürlich jetzt sehr ärgerlich. Aber gut, weiß man vorher nicht. Ich werde, glaube ich, trotzdem drauf geblieben. Weil er steht immer noch genau dort, wo er hätte hinkommen können, glaube ich. Jedenfalls mit Umgebungsschaden auf jeden Fall. Und jetzt ist der Weg für den M14 da frei. Und wenn ich das richtig sehe. M14, das könnte der sein, der schon 4 Kills hat. Ja, dann ist das ziemlich gefährlich eigentlich. Aber mal gucken, was passiert. So, auf jeden Fall zielt er jetzt erstmal hier Richtung Gegner-Cap. Und, ja, er muss ein Stück nach vorne fahren, weil er sonst nämlich nicht dahin kommt, wo er gerne hinkommen möchte. Ihr seht die grau gestrichelte Linie oder die graue Linie. Das ist das, wo er eigentlich gerne hinkommen möchte, aber noch nicht hinkommt, weil er noch nicht weit genug nach vorne gefahren ist. So, das ist nämlich das Problem an diesen kleineren Artis. Die kommen nicht über die ganze Karte rüber, wenn die Karte etwas größer ist. Aber hier, T38, hinter dem Hügel steht er. Und er kommt da trotzdem ran. Das ist krass. Na gut. Weil der Backdown ist ja eigentlich relativ hoch, aber dadurch, dass er so weit weg steht, hat er natürlich einen Bogen, den er schießen kann. Und ich glaube, er zählt ein. Er schießt. Er hat getroffen. Nee! Er hat ihn getroffen, angezündet und... Nicht schlecht. Das war gut. Denn der war ja schon lange zu. Der war lange, lange zu. Und er hat einfach mal darauf gehofft, dass er noch da steht. Und hat dann sogar... Ich sehe... Also, ich konnte ja sehen, dass er ihn getroffen hat, weil ja kein Explosions-Einschlag, kein Granateneinschlag zu sehen war. Aber dass er ihn tatsächlich dann noch anzündet und rausnimmt, coole Sache. Also definitiv. Und ja, aktuell, wie gesagt, er hat eine WN-8 von 615. Aber da ist natürlich jetzt der Treffer auf den T-38 nicht dabei. Also auf den Panzer 38, nee, auf den T-38, PZ-38T, so rum. Der ist noch nicht damit eingerechnet und auch unten auf seinem Schadenskonto. Da steht auch noch die 121 natürlich, weil der nicht gespottet war. Da gucken wir mal am Ende, was denn im Endeffekt bei rumkommt. Und ja, jetzt hier der M4, 14 hat sich seinen Weg so langsam gebahnt, ist klar. Aber der scheint, er geht nicht mehr auf. Da ist er weggefahren vielleicht. Der T-2-Light, der fährt jetzt durch die Mitte. Ja, also das ist natürlich Quatsch jetzt vom T-2, dass er da hinterher fährt. Wenn er irgendwie versucht, gut, er ist auch One-Hit, muss man auch dazu sagen. Aber ich wäre eher untenrum gefahren, weil jetzt ist der M14 wahrscheinlich, wenn er clever ist, entweder steht er jetzt über den, an der Insel, da bei A9, oder er hat sich seinen Weg nach unten gebahnt, um halt, vielleicht hat er auch noch mal versucht, zu decappen. Man weiß es nicht genau. Leider gehen die Panzer am Ende der Runde nicht mehr auf, sodass man sagt, okay, da ist er jetzt. Das wird für immer ein Geheimnis bleiben. Aber nichtsdestotrotz, hier 14 zu 8 gewonnen, im Endeffekt durch Cappen. Und ja, drei Kills hat er. Wir gucken uns mal die Statistik an. Da bin ich ein bisschen gespannt drauf, was er dann da dem Panzer 38 dann im Endeffekt noch abgezogen hat. So, und wir gucken uns also, wir gucken mal rein und wir sehen hier, Panzer 38 destroyed, 250 Schaden nochmal oben drauf. Das ist natürlich richtig gut. So, er hat seine Artillerie hier gemeistert. Herzlichen Glückwunsch dazu. Hat den Schläger bekommen und hat den Brandstifter bekommen. Das ist doch, ja, durchaus eine coole, coole Geschichte. Vor allem auch ein Blindshot, das muss man immer noch dazu sagen. Hat hier insgesamt 371 Schaden gemacht. Ist damit auf Platz 3. Drei Kills. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und 407 Schaden. Damit ist er, äh, Erfahrung natürlich. Damit ist er auf Platz 5. Und ich würde sagen, alles in allem hat das Team hier eine ganz gute Leistung erbracht. Hatten zwar auch drei Nuller dabei, aber ich sag mal, der MTLS, das war der, der die ganze Zeit in der Mitte stand erst. Da hat er natürlich Pech gehabt, dass da keiner kam. Bei den beiden habe ich jetzt nicht so drauf geguckt. Auf jeden Fall hier Gegner natürlich. Eine M14, das war der, der zum Schluss noch lebte. 769 Schaden. Gut, 5 Kills. Richtig, richtig gut. 2,5, Bruiser, Dinnis. Okay. So, dann gucken wir nochmal auf die detaillierte Statistik. Und, ähm, er hat hier, Wahnsinn. Also, wenn das mal keine 100% sind, 3 Schuss, 3 Treffer, 3 Durchschläge und auch hier unten. Äh, also, 3 Gegner beschädigt und 3 zerstört. Also, ja, richtig cool. Besser kann man die 100% nicht erreichen. Äh, herzlichen Glückwunsch dazu. Hat hier sogar noch, ähm, 7500 Gewinn gemacht. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und, ähm, das Ganze ging 5 Minuten 41 Sekunden. Hier ist noch einmal die Erfahrung zu sehen. Und, ähm, ja, ansonsten, würde ich sagen, war das doch, war das eine solide Runde und auf jeden Fall den Panzer gemeistert. Was natürlich immer richtig, richtig gut ist. Ähm, also, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Herzlichen Glückwunsch zur Meisterrunde hier und, ähm, zur 100% Runde. Ich denke mal, auch so werde ich sie dann irgendwie wahrscheinlich nennen. Ich hoffe, dir und allen anderen hat es hier ein bisschen gefallen. Und, ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr Videos habt von euch selbst, die ihr gerne gezeigt und oder kommentiert haben möchtet, dann lasst mir eine E-Mail zu kommen. unter rob2k.web.de findet ihr im Kanal oder aber auch in-game, ne, mein Name ist dort RobHawk oder er fragt uns halt, wie gesagt, die Discord-Daten. Dann könnt ihr mir dort auch in Zukunft was schicken. So, ähm, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat gefallen und, ähm, sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.